Perfekt, nochmal herzlich willkommen in sechs Schritten zu einer selbstorganisierten Agentur, unserem kleinen Webinar. Wie ich gerade schon gesagt hatte, würden wir ganz gerne euch einen Transformationsbaukasten vorstellen oder seine Elemente vorstellen, wie man zu einem selbstorganisierten Team werden kann oder auch was man so im Werkzeugkoffer braucht, um ein selbstorganisiertes Team zu werden, beziehungsweise eine selbstorganisierte Organisation, denn die besteht ja doch bekanntlich aus meistens recht vielen kleinen Teams. Und dazu laden wir euch heute ein, uns ein bisschen zuzuhören, wie wir euch ein bisschen unsere Geschichte erzählen, wie wir zum Loop-Approach gekommen sind und vielleicht nochmal tatsächlich einen kleinen Schritt zurück. Wer ist denn heute hier? Björn, magst du vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze sagen, beziehungsweise auch sagen, in welcher Rolle du denn heute hier bist? Da würde ich anschließen. Gerne. Ich bin Björn, Björn Eckerl und war, als wir mit diesem ganzen Prozess angefangen haben, Geschäftsführer der Agentur 4 für Texas. Deswegen haben wir es ein bisschen auch heute als Geschichte um sechs Schritte in die Selbstorganisation einer Agentur aufgezogen. Wenn ihr aber keine Agentur seid oder als solche euch hier fühlen möchtet, ist das nicht schlimm. Es geht um Organisationen und wie die sich Richtung Selbstorganisationen verändern können. Und ich bin heute hier in der Rolle quasi als Ex-Geschäftsführer. Wir erzählen auch ein bisschen nach, warum das heute nicht mehr so ist. Und Loop-Coach, denn ich habe mich auf der ganzen Reise auch zum Loop-Fellow bei der Selbstorganisationsagentur The Dive ausbilden lassen. Und ich arbeite darin in dieser Rolle auch ganz eng mit Miriam. Wer bist du denn, Miriam? Ja, schön, dass du fragst. Genau, ich bin Organisationsberaterin. Ich habe selbst eine Agentur, Like a Zebra heißt die. Und das ist eine Organisationsberatung, die sich eben auch auf Selbstorganisation spezialisiert hat. Und wir arbeiten ganz eng mit The Dive zusammen, die diesen Ansatz, also den sogenannten Loop-Approach erfunden haben. Und auch ich bin zertifizierte Loop-Fellow, wie man sagt. Und bin heute tatsächlich so ein bisschen in der Expert-Innen-Rolle hier, wo es für mich immer darum geht, wie kann man Teams bestmöglich begleiten? Was brauchen die eigentlich so an Handwerkszeug? Und was muss man vielleicht auch sonst noch so bedenken in Transformationsprozessen? Was natürlich so die grundlegende Frage ist in der Rolle der Organisationsentwicklerin, in der ich viel in verschiedenen Transformationen unterwegs bin. Und eine dieser Transformationen durfte ich dankbarerweise damals mit begleiten bei 4 for Texas. Und jetzt sind Björn und ich quasi ein Team, was den Loop angeht. Okay, prima. Dann haben wir das geklärt. Rollenklärung ist das A und O. Und ich würde euch ganz gerne noch ein bisschen was zum Loop-Approach sagen. Ich glaube, Stichwort Transformationsbaukasten für selbstorganisierte Teams trifft es ganz gut. Denn der Loop-Approach ist ein Baukastensystem, was tatsächlich aufeinander aufbaut. Und er ist jetzt nicht dieses eine System, wie beispielsweise Scrum, wenn man sagt, okay, wir arbeiten nach Scrum, sondern er greift auf sehr viele bestehende Ansätze zurück und hat so ein bisschen sich das Beste aus allen Welten zusammengestellt, was für Teams, die in Komplexität arbeiten, wie das heute viel der Fall ist, gut funktioniert, um zu einer effektiven und auch freudvolleren Zusammenarbeit zu kommen. Was genau da drin steckt, werden wir euch gleich erzählen. Das sind eben diese sechs Schritte oder auch diese sechs Kompetenzen, die Teams in dem Sinne aufbauen dürfen, um in eine selbstorganisierte und freudvolle Zusammenarbeit zu kommen. Aber man kann schon so ein bisschen verraten, da steckt ziemlich viel Holacracy drin. Das ist vielleicht ein Betriebssystem oder der Name eines Betriebssystems aus Amerika, von dem der eine oder andere schon mal gehört hat. Da stecken auch Elemente der Soziokratie drin. Da stecken auch Design-Thinking-Prinzipien drin oder auch Dinge, die eher den Beziehungsraum betreffen. Also sowas wie gewaltfreie Kommunikation und Feedback. Also es bedient sich eigentlich vielen verschiedenen Ansätzen und guckt, was ist denn jetzt gerade brauchbar für die Arbeitswelt, in der wir heute leben und für das, was wir wirklich auch dann brauchen, um gut miteinander arbeiten zu können. Und ja, wir haben das damals, wann war das eigentlich, Björn? Wann sind wir gestartet? Irgendwie 2000... Ich würde sagen vor drei Jahren. 20. 19, 20. Ja, war Corona. War nicht einfach, war Corona. Und wir haben damals festgestellt, ach ja, das trifft es tatsächlich. Also nicht dieses, wir machen jetzt irgendwie Scrum oder wir machen jetzt kann man oder nur Design-Thinking, sondern wir gucken mal, was braucht eigentlich ein Team, um gut arbeiten zu können und welchen Ansätzen kann man sich denn da gut bedienen. Und an der Stelle würde ich ganz gern kurz an Björn abgeben, denn Björn hatte ja eine gewisse Ausgangssituation, wo du gerne was verändern wolltest. Was war denn, was war denn bei dir gerade los, was war denn bei dir gerade los, 2020? Ja, ich habe nochmal so zurück überlegt und gedacht, so sind wir denn eigentlich hergegangen mit einem Plan und haben gesagt, wir möchten das jetzt dahingehend ändern. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich weiß nicht, wie euch das geht, auch in Führungspositionen geht es ja in der Regel eher, läuft es in diese Richtung, dass man was negativ spürt. Wir haben uns in so einer Rolle, wie hier gezeigt, eher so wiedergefunden, mein Partner und ich, in der Führungsverantwortung, die irgendwie sich sehr, sehr breit und ja, als so eine Generalzuständigkeit angefühlt hat. Wir hatten überhaupt nicht sowas wie geklärte Rollen. Wir haben uns immer wieder in Meetings wiedergefunden, die ineffizient waren. Wir haben eine Umwelt vorgefunden, die gerade, weil ja Corona da noch dazu kam, irgendwie zunehmend sich komplexer angefühlt hatte. Es waren einfach sehr viele Baustellen, großer Zeitdruck, wie man es in Agenturen kennt und ganz wichtig, einfach so ein Gefühl für alles am Ende verantwortlich zu sein und immer am Ende die letzte Entscheidung treffen zu müssen, obwohl wir nicht immer das Gefühl hatten, obwohl wir wahnsinnig gute Geschäftsführer sind natürlich, die besten Entscheidungen auf den besten Grundlagen auch treffen zu können. Also wirklich so ein seltsames Missverhältnis von komplexer Umwelt, unglaublich vielen Baustellen und am Ende zwei Typen, die das jetzt schon 20 Jahre machen und immer noch immer gefragt werden. Das war so die Ausgangssituation. Also echt ein ziemlich zähes Ding, so ein Gefühl, dass wir sehr viel so auf unseren Schultern tragen mussten. Und aus der Spannung, aus dem Schmerz sind wir in die Veränderung gegangen und nicht aus einer Vision von, so soll es sein. Wir haben trotzdem ein Bild mitgebracht, wie es sein soll dann im Nachhinein sozusagen. Genau, wir haben uns ja auf den Weg gemacht, wie es denn sein könnte und deswegen jetzt auch direkt die Folge Slide. Das können wir heute so sagen. Also hätten wir damals gewusst, was wir wollen, dann hätten wir es vielleicht mit dem Wissen von heute so in der Art dargestellt, plötzlich geklärte Rollen, eben nicht mehr dieses Gefühl, in der Generalverantwortung zu sein. Oder wenn man das ist, dann wirklich auch juristische Felder begrenzt, einen offenen Umgang mit Spannung, auch wirklich so eine Einladung an alle aussprechen zu können, zu sagen, kommt rein mit den Sachen, die ihr spürt und wo ihr Veränderungspotenziale seht. Eine ganz klar geteilte Verantwortung und vor allem Meetings, die wahnsinnig effizient und auch freudvoll ablaufen. Und unterm Strich, so würde ich heute hoffen, Teams, die einfach sehr, sehr viel zufriedener sind. Ja, cool. Und wir haben ja ziemlich viel mitgenommen auf diesem Weg und vor allem haben wir bestimmte Schritte mitgenommen, die wir gehen mussten, um zu diesem schönen Esel auf dem Rücken, ist super zufrieden, Zukunftsbild zu kommen. Und die würden wir ganz gerne mal mit euch teilen und die auch kritisch hinterfragen, zum einen, warum war denn das so wichtig, dass man genau diesen Schritt gegangen ist? Und zum anderen aber auch, was dabei die Herausforderungen waren, auch im Prozess. Weil Björn, wie viele Teams sind den Prozess durchlaufen? Ich glaube, es waren sechs, ne? Sechs oder sieben. Also wir haben mit unserem damals noch Leitungsteam, Management-Team gestartet. Die waren sozusagen so die Ersten, die losgelaufen sind. Und dann regnet es auf die weiteren sechs Teams herab und wurden die auch relativ schnell alle durch den Prozess geholt. Also insgesamt waren sieben. Genau, die wurden geloopt, wie wir sagen. Und der erste Schritt, den wir gemacht haben, und zwar mit jedem Team, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, wir haben erstmal eigentlich für Klarheit geschaffen, und zwar für Klarheit im Auftrag. Und das ist eine Methode, die sich der Loop-Approach bedient, erstmal zu überlegen und mit dem Team gemeinsam zu schauen, was ist eigentlich der Zweck? Warum gibt es eigentlich dieses Team in der Organisation? Und wie können wir diesen Auftrag auch explizit machen? Also A, erstmal mit dem Team gemeinsam partizipativ erarbeiten. Das macht man mit einer Methode, die heißt Purpose Discovery. Das ist auch ganz nett. Und dann eben auch diesen Purpose wirklich aufzuschreiben, damit er nicht nur nach innen, dem Team Orientierung bietet, sondern eben auch nach außen, auch den anderen, die mit diesem Team zusammenarbeiten. Denn in der Selbstorganisation können wir eigentlich sagen, dass es einen Wert hat, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, was ist denn der Purpose A der Organisation? Was ist der Purpose eines jeden Teams? Und darunter nochmal, was ist denn quasi auch der Purpose der Rollen, die in diesem Team vertreten sind? Denn eigentlich dient der Purpose als eine Art Entscheidungsprämisse oder Nordstern, sagt man ja auch. Also wenn nichts mehr geht, dann sollte dieser Purpose auf jeden Fall dem Team Orientierung geben. Jetzt Frage an dich, Björn. Was hat das gemacht mit dir? Also du hast ja auch einen Purpose entwickelt oder hast es jetzt inzwischen auch schon sehr, sehr oft gemacht, wenn sich eben Kreise neu formiert haben. Warum ist das für dich wertvoll gewesen? Ja, aber das Wesentliche hast du schon gesagt, dass es gar nicht so sehr nur um diesen einen großen Purpose einer Organisation geht, wie ihr das vielleicht auch alle gut kennt. Das ist ja auch im Moment ziemlich angesagt, dass man irgendwie das auch so nachschauen kann, was Netflix für einen Purpose hat und so. Das sind so Sachen, ich glaube, die bringen Zug rein, aber spannender, glaube ich, ist überhaupt so die Fragestellung und das gemeinsame Arbeiten daran. Der Prozess also auch hin zu so einer erstmal vielleicht noch nicht perfekten Formulierung als so ein Akt, den man auch als Team oder auch als Gesamtorganisation, wir haben das irgendwann auch als Gesamtorganisation wirklich mit allen rund 40 Leuten gemacht, die man dann beschreitet. Und dann auch damit okay zu sein, dass es erstmal vielleicht noch nicht alle total packt, um dann zu wissen, wir können daran weiterarbeiten. Das war für mich so ein, also war ein bisschen auch eine Schule der Demut, so zu sagen, okay, sei damit okay, dass es jetzt noch nicht das Genialste vom Genialen ist. Eine zweite Sache würde ich noch sagen, gerade wenn wir den Loop auch mit anderen Organisationen machen, dann ist dieser erste Schritt auch mal von diesem Purpose als wirklichem Output. Das ist ja dann ein kleiner Satz, der dann da steht, geht es auch vor allem, glaube ich, darum, und das habe ich mir auch sehr eingeprägt, überhaupt mal in diese ganze Sprache, in dieses ganze Arbeiten auch als Team reinzugehen und wirklich gemeinsam so das zu erleben und überhaupt so miteinander, was Sie eben gesagt haben, im Sinne von einer Auftragsklärung, irgendwie da so ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Ich glaube, dafür ist der Purpose ein super Mittel, weil es einfach so ein kleinster gemeinsamer Nenner ist, sich überhaupt auf Gemeinsamkeiten zu verständigen. Was waren so die Herausforderungen, die du dabei gemerkt hast, vielleicht auch nicht nur in deinem Team? Du hattest ja schon was angesprochen im Sinne von, ja, es muss auch nicht gleich der perfekte Purpose sein, der darf auch erstmal safe enough to try sein, wie wir sagen. Wenn du auf die Gesamt- oder auf die größere Transformation auch mehrerer Teams guckst, was hast du da vielleicht was, was du noch gerne teilen würdest? Also ich glaube, worauf man sich gefasst machen kann oder wie ich es zumindest erlebt habe, ist, dass es erstmal schon auch eine große Skepsis gibt. Ich habe Sprache eben angesprochen, dass man sagt so, hä, warum braucht man das? Warum machen wir das eigentlich? Loszugehen, ohne schon so genau zu wissen, was das Zielbild ist und trotzdem die Leute mitnehmen zu können. So die Einladung auszusprechen, habt Vertrauen, dass wir das jetzt, wie wir sagen, spannungsbasiert, Schritt für Schritt gehen. Und der Purpose ist einfach jetzt mal ein erstes Vehikel, über das wir uns miteinander ausprobieren können. Und das so auszuhalten, das auch wirklich so vom Team zu spüren, so irgendwie, da ist Skepsis und auch einfach die Sicherheit zu geben, so ich weiß selbst nicht genau, wo es hinführt, aber wir machen das jetzt zusammen und ich halte das auch für euch und mit euch. Das war so ein Learning, was ich wirklich auch, also es war nicht leicht, diese Sicherheit zu geben, weil man sie selbst auch nicht immer haben kann. Und das Zweite wäre vielleicht, dass sowas wie der Purpose, in dem Moment, wo er natürlich irgendwo so dieser kleinste gemeinsame Nenner von einer wirklich einer großen Gruppe ist, dass es dann schon auch mal so ein bisschen verwaschen wirken kann. Also es fließen so alle Sachen so mit ein und am Ende kommt dann was raus, wo man denkt so, puh, das klingt jetzt so ein ganz bisschen generisch. Also wie man es schaffen kann, den Sachen dann trotzdem eine Spitze, so einen Punch zu geben, das ist glaube ich nicht ohne. Aber wie gesagt, es muss erstmal ja nicht perfekt sein, das heißt, wir können mit dem Wissen, mit dem Lernen daraus dann auch weitermachen, die Sachen weiter bearbeiten und dann uns auch die Blöße geben zu sagen, nee, jetzt bringt jemand mal was rein. Das ist vielleicht nicht Konsens, aber es ist was, was viele zieht. Okay. Und es ist ein erstes Vehikel, du hast es schon gesagt, der wirkt natürlich nicht alleine, deswegen gibt es mehrere Schritte auf dem Weg zu dem selbstorganisierten Team oder zur selbstorganisierten Organisation. Und der nächste, der daran anschließt, ist ja das rollenbasierte Arbeiten. Warum ist das so wichtig? Wenn wir einmal Klarheit haben über den Purpose, geht es recht schnell darum zu gucken, wo liegen eigentlich Verantwortlichkeiten? Also was braucht es eigentlich, um diesen Zweck, den dieses Team hat, gut zu erfüllen? Und diese Verantwortlichkeiten werden in Teams, die stark autonom auch Entscheidungen treffen sollen, in Rollen zusammengefasst. Bedeutet, wir müssen recht hohe Klarheit darüber haben, auch hier wieder Explikationen, welche Rollen gibt es? Also auch die werden dann gemeinsam aufgeschrieben. Die werden dann auch besetzt in einem Rollenwahlprozess, den es dafür gibt, damit eben auch klar ist, wer kann in welcher Rolle auch autonomen Entscheidungen treffen. Also um ein gemeinsames Bewusstsein auch dafür zu bekommen, es ist okay, auch autokratisch Entscheidungen zu treffen in meiner Rolle. Ja, das ist total, auch Teil, kann auch Teil von Selbstorganisation sein. Es ist aber auch wichtig zu wissen, welche Entscheidungen in einem Team als Team getroffen werden. Wir kommen später nochmal zu dem Punkt Entscheidungsfindung. Und auch nochmal eine Differenzierung zu haben zwischen einem rollenbasierten Arbeiten und einem traditionelleren Konzept der Positionen, was ja meistens in Organisationen, die sehr hierarchisch oder klassisch organisiert sind, existiert. Frage an Björn, das war ja tatsächlich auch nochmal so ein bisschen auch ein Aha-Moment, rollenbasiertes Arbeiten oder bleibt es wahrscheinlich auch weiterhin, weil es eben auch die Lebendigkeit und die Veränderbarkeit der Organisation auch abbildet, finde ich. Was hat dir daran gut gefallen? Ihr erinnert euch vielleicht an dieses Bild mit dem Esel und der Überforderung. Ich glaube, zuerst einmal gibt uns dieses rollenbasierte Arbeiten was an die Hand, überhaupt Klarheit in den Status quo zu bringen. Also wenn ihr alle in Führungsrollen unterwegs seid, egal ob es Führungsrollen sind oder nicht, sind darin ja viele nicht explizit gemachte Rollen. Und jetzt sich hinzusetzen und sich mal aufzuschreiben, das kann man auch in der Beziehung machen, das ist ganz interessant, so Spülmaschinen, Ausräumer und so, einfach mal aufzuschreiben, was man alles tut, ist das extrem erhellend. Und das ist jetzt was, was ich an dem Loop-Ansatz so schätze, dass er hergeht und erstmal nicht nur noch tief rangeht und sagt, es müsste aber in Zweifel so und so sein und du solltest nicht mehr als drei Rollen haben, sondern der Loop geht her und sagt, erstmal dokumentieren wir nur, was da ist. Wir schöpfen quasi aus dem, was uns hierhin geführt hat, 20 Jahre lang in unserem Fall. Und dann schauen wir doch mal, was machst du denn eigentlich alles? Und dann standen halt irgendwie elf Rollen. Und das ist schon, das macht ja was. Erstmal, aber okay, elf Rollen werden aufgeschrieben. Und dann habe ich die Möglichkeit, darüber anders nachzudenken und diese Rollen auch zu bearbeiten. Das ist was, was der Loop, finde ich, unglaublich toll einem an die Hand kippt. Erstmal Dokumentation, Bearbeitbarkeit, Besprechbarkeit, sagen wir auch manchmal. Und dann passiert daraus schon automatisch was. Da muss man gar nicht normativ sich im Handbuch irgendwie vergewissern, wie viele Rollen es jetzt sein dürfen. Das taucht dann schon auch im eigenen Verstehen so mit der Zeit auf. Also das war für mich total wertvoll und hat mit der Zeit auch wirklich herbeigeführt, dass ich einfach Rollen ganz anders verstehen und dann auch abgeben konnte. Weil sie auch für andere dann nachvollziehbar wurden. Gab es da auch mal so einen Moment, wo du sagst, boah, das war jetzt ganz schön anstrengend, also mit dem Thema Rollen? Also wie bei all diesen Prozessen, glaube ich, macht das was persönlich mit dir. Also New Work is Inner Work oder Needs Inner Work. Das ist erstmal auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen, auch so ein bisschen irgendwie blinden Flecken. Wo man merkt, aha, interessant, wie bin ich da denn reingeraten? Und ich würde sagen, das ist aber was, wo ich ganz gut so durchgehen konnte für mich persönlich. Was ich als schwierig erlebe immer noch oder wo ich sagen würde, darauf sollte man aufpassen, ist das Rollen. Irgendwann kommt man in so einen Überschwang und sagt, dafür brauchen wir auch noch eine Rolle. Und dann wird die Rolle geschaffen und da noch eine. Und dann bringt man so ein bisschen, als würde man so ein schönes Haus bauen, bringt man da so eine Ordnung rein und kommt in so eine Aufregung und schafft diese ganzen Rollen. Und da würde ich sagen, aufpassen, auch die Rollen immer wieder überprüfen. Nicht sich da in so einer Pseudorichtigkeit dann einrichten, sondern auch gucken, brauchen wir die Rolle eigentlich noch? War die nicht teilweise aus einer Spannung entstanden, die jetzt gar nicht mehr da ist? Und das mussten wir ein bisschen erst lernen, dass man auch Rollen sehr wohl wieder abschaffen kann. Schöner Punkt. Lässt uns auch mal auf die nächste Slide gucken und zwar den Schritt drei. Weil Dreh- und Angelpunkt sind ja auch die Meetingformate. Also wo passiert Kommunikation in Organisationen und wo werden Entscheidungen getroffen? Das ist meistens in Meetings. Und wie können wir gewährleisten oder unterstützen, dass Meetings eben effektiver und effizienter werden, ist ja ein großer Bestandteil auch dieser Reise, die wir gemeinsam gegangen sind. Also im Loop-Approach, und das kommt auch aus der Bloggracy, unterscheidet man eben in zwei Bereiche. Das ist einmal dieser operative Raum, wo wirklich in den Rollen gearbeitet wird, also euer Daily-Business. Dafür gibt es ein standardisiertes Meeting-Format, was sehr effizient ist, das heißt Sync-Meeting. Und man unterscheidet zum Governance-Raum. Das ist der Format, wo eigentlich an den Rollen gearbeitet wird. Also genau das, was Björn gerade gesagt hat, wo auch überlegt wird, wie, also was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Wollen wir diese Rolle vielleicht nicht wieder abschaffen oder vielleicht brauchen wir eine neue Rolle oder vielleicht verändern sich auch Rollen, genauso wie alle anderen Strukturentscheidungen, die in diesem Raum getroffen werden. Und oft ist es in Organisationen so, dass dieser operative Raum total super bespielt wird. Da gibt es ganz viel, ja, aber der Governance-Raum, der existiert eigentlich gar nicht. Also das wird entweder über die Führungskraft eskaliert, ich überspitze das jetzt mal, da muss jetzt mal strukturell was verändert werden, oder diesen Raum gibt es eigentlich überhaupt nicht für das Team und es gibt auch kein passendes Format. Und was der Loop-Approach quasi macht, ist, er führt ein Format ein, das nennt sich Governance-Meeting. Und genau in diesem Meeting kann das Team in einem sehr strukturierten Prozess, meistens im Konsent, eine Strukturanpassung vornehmen, die dem Team eigentlich hilft, sich aus sich heraus zu verändern. Also Strukturen aus dem Team heraus zu verändern, ohne es quasi hoch eskalieren zu müssen zu irgendeinem Geschäftsführer oder einer Management-Ebene, die dann für das Team entscheiden soll. Das ist ja, glaube ich, der Game-Changer, ne? Also würde ich sagen, es ist Teil des Loop-Approaches und es war Teil meines persönlichen Game-Changers, diesen Governance-Raum für Teams zu öffnen. Wie ging es dir damit, Björn? Absolut, sehe ich genau auch so, weil ja klassisch diese Governance traditionell nur bei der Geschäftsführung liegt. Und da sind wir wieder beim Esel, dann hat man da eben für die ganze Agentur an der Organisation zu arbeiten und kann nur teilweise sehr partiell auch andere Sichtweisen damit einbeziehen. Und das war für uns wirklich eine wesentliche Veränderung, aber er hat natürlich auch mit großen Widerständen zu kämpfen gehabt, weil die Leute sich erstmal, habe ich die Erfahrung gemacht, zumindest bei uns in der Organisation, darin gar nicht gesehen haben, gesagt, wie soll ich das jetzt entscheiden? Ich wollte auch einfach nur meine Anmerkungen teilen. Und da braucht es also schon eine gewisse Beharrlichkeit, auch immer wieder dieses Meeting einzufordern und sagen, nein, wir machen jetzt Governance, wir schauen auf die Organisation und gucken, was wir daran verändern möchten. Und das geht mittlerweile sehr, sehr gut und ich muss sagen, erlebe ich auch immer wieder so eine Faszination, was da für Sachen gesehen werden, die mir nie aufgefallen werden, so ein Aufräumgefühl, aber eben nicht, dass das mal alleine aufräumt, sondern dass irgendwie zwölf Leute und noch so ein Staubsaugerroboter irgendwie durch die Organisation gehen. Und irgendwo wird wieder was rausgezogen und dann sagt jemand, Moment, diese Rolle, die stimmt ja gar nicht mehr oder diese Rolle fehlt. Und das hatten wir jetzt gerade ganz aktuell in einem Governance-Meeting, dass eine Rolle auch gefordert wurde, von der schon klar wurde, dass wir sie gar nicht werden besetzen können. Aber auch das ist okay, dass man erstmal sagt, das ist ein Bedarf, den die Organisation hat und wir schauen dann im nächsten Schritt, das ist eher dann eine operative Frage, wie können wir diese Rolle auch besetzen? Also mir fällt immer das Stichwort befreiende Strukturen ein, wenn ich über diese Meeting-Formate nachdenke, weil die sind sehr strukturiert, also man darf, wenn man das lernt, dann hat man kurzzeitig das Gefühl, oh, ich muss jetzt einem bestimmten Prozess folgen, ja, das ist so, das lernt man da, aber sie sind eben befreiend, weil viel mehr möglich ist in der Organisation oder in einem Team, wenn dieser Governance-Raum gut bespielt wird. Ich will noch vielleicht etwas zum Meeting sagen, wenn wir da ganz kurz nochmal bleiben können, weil das ist, glaube ich, was, wo man sich auch bewusst sein muss, dass wenn man in diese Meeting-Formate geht, was ich wirklich jeder Organisation empfehlen würde, dass es dann erstmal auch da wieder so eine Fremdheitserfahrung gibt und die Leute sich teilweise sehr stark einer Bürokratisierung ausgesetzt sehen. Also man hört dann oft auch von männlichen Meeting-Teilnehmern irgendwie so, man darf jetzt hier gar nicht mehr sagen, wie man will und so. Also habe ich auch teilweise gesagt, warum kann ich denn jetzt nicht noch in die Diskussion einsteigen? Das ist eben ganz hart reguliert. Ein Sync-Meeting wird nicht diskutiert. Bei einer Governance-Entscheidungsvorlage gibt es einen ganz klaren Frame, in dem du was sagen kannst und was nicht. Aber das ist der Weg, den es braucht, um teilweise auch eben alle zum Sprechen zu bringen und nicht immer die gleichen Endlosschleifen unter, ne, von den männlichen irgendwie auch Geschäftsführern dann sich anhören zu müssen. Das ist was, wo man aber, glaube ich, trotzdem auch sehr stark dranbleiben muss und sagen muss so, ja, diese Fremdheitserfahrung, die ist da, aber die ist nicht umsonst. Ja, ihr habt es ja geschafft. Das weiß man nie, es hört nie auf. Nee, ich war dabei, ich darf das sagen. Von außen. Schritt vier hatten wir eben, oder hatte ich gerade schon angeteasert, sind auf jeden Fall Entscheidungen. Also ganz oft ist es so, dass Teams gar nicht so richtig, was heißt Teams, ich glaube, das kriegen wir auch nicht so beigebracht, auch nicht in der Schule so, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, Entscheidungen zu treffen als Gruppe. Und das ist etwas, worauf nochmal gesondert geschaut wird in dem Loop Approach und eben wirklich dann gelernt wird, wie man Entscheidungen im Konsent trifft, also vorschlagsbasiert trifft. Das ist harte Arbeit, Hard Work People steht hier auch, aber es ist eben das, was sich auszahlt, weil wir über eigentlich Sicherheitsbedenken es schaffen oder Einwandabfrage, es schaffen, die Organisation eben Schritt für Schritt weiterzuentwickeln oder diese Kugel, wie auf dem Bild zu sehen ist, ein bisschen weiter den Berg hoch zu pushen und nicht quasi mit, jeder muss irgendwie jetzt nochmal was dazu sagen, sondern vorschlagsbasiert zu gucken, ist das quasi etwas, was man mal ausprobieren könnte. Also wir gehen eigentlich auch nach dem agilen Verhalten oder agilen Prinzipien vor, dass wir iterativ ausprobieren schauen, können wir quasi, können wir Entscheidungen treffen und dadurch quasi Dinge ausprobieren und die Organisation etwas weiter vorantreiben. Und das macht natürlich speziell im Governance-Raum auch einen großen Unterschied, wenn da eigentlich die Gesamtorganisation mit einbezogen werden kann. Wir sprechen da auch ganz oft von den Mitarbeitenden oder den Menschen der Organisation als Sensoren für die Organisation. Also das sind die, die eigentlich am Puls sitzen und eine Entscheidung treffen könnten, wenn sie denn wüssten, wie. Und das ist quasi ein gemeinsames Lernen, wie im Team Entscheidungen getroffen werden können, damit das möglich wird. Und ich würde mal weitermachen, Björn. Ich will nur diesen Punkt immer unterstreichen, weil ich finde, wenn ich eins rauspicken müsste und wenn ihr das noch nicht kennt, diesen Teil Entscheidungen, Integrated Decision Making, ich finde, das ist absolute Magie. Und jede Person, die irgendwie in einer Organisation, in einem Verein, in einer Partei oder keine Ahnung, in all diesen nervigen Bündelungen von Menschen arbeiten, wo man ständig mit diesem Problem konfrontiert ist, This is where the magic happens, wenn ihr mich fragt. Und das war für mich auch so ein Initialmoment, wie wir zum Loop kamen, wo wir gemerkt haben, hey, man kann in 20 Minuten tatsächlich Leute hören und trotzdem in eine Richtung gehen. Und das ist einfach wahnsinnig kraftvoll. Ich wollte nochmal Werbung machen dafür. Das können wir hier euch jetzt nicht in der Gänze zeigen. Aber alle, die da vielleicht auch im Nachgang noch Interesse haben, das ist wirklich ein Teil, glaube ich, der ist wahnsinnig wirkungsvoll. Und das kann man auch als Einzelelement super verwenden. Und einer meiner Herzensthemen, Schritt 5, ist auf jeden Fall Fasilitation oder Moderation. Wir haben es so ein bisschen als die geheime Superkraft effektiver Teams tituliert. Es geht natürlich auch darum, solche Prozesse oder solche Vorgehensweisen, wie du jetzt gerade nochmal erwähnt hattest, den integrativen Entscheidungsprozess oder auch so ein Zynk-Meeting auch durchzuführen. Und da braucht es ein bisschen ein Upskilling, was Moderationskompetenz angeht von genau solchen Meeting-Formaten. Also wie kann ich eigentlich eine Rolle eines Facilitators gut ausfüllen und nicht nur eine Person im Team. Und jetzt kommt nämlich, glaube ich, der Unterschied zu vielen anderen Ansätzen. Mehrere, also eigentlich alle Leute im Team sind dann dazu befähigt, in diese Moderationsrolle zu gehen. Besonders wichtig ist das natürlich auch, damit nicht nur die Führungskraft dann in dieser Machtposition, und ich sage das jetzt ganz bewusst so, in dieser Rolle der Macht, der facilitierenden Macht des Meetings bleibt, sondern das ganz bewusst abgegeben wird immer wieder an alle, die im Team wirklich sind und dass diese Rolle verteilt wird. Das unterscheidet sich auch sehr stark von anderen Ansätzen, wo es vielleicht wirklich dann einen Agile-Coach im Team gibt, der eigentlich die ganze Zeit die Meetings durchmoderiert. So ist es nicht aufgesetzt, sondern es geht wirklich darum, Meetings gut moderieren zu können, aber dass diese Rolle wechselt, dass jeder in die Lage versetzt wird, das zu tun. Warum ist das auch wichtig? Weil wenn jeder mal in dieser Rolle ist, dann haben wir auch alle ein viel besseres Verständnis dafür und viel mehr Empathie und wissen auch, wie wir uns in Meetings dann verhalten, wenn wir quasi Teilnehmende sind und nicht in der facilitierenden Rolle sind. Wir wissen nämlich, wie schwer es ist, ein Meeting zu moderieren und zu faszinitieren und zu der Entscheidungsfindung eben durch das Halten des Prozesses beizutragen. Und deswegen ist das auch wirklich diese Superpower, die Teams entdecken können und die ihnen auch weiterhilft, egal, ob sie dann in der Selbstorganisation arbeiten oder tatsächlich irgendwo in einem Workshop moderieren müssen. Das ist tatsächlich eine Kompetenz, die flexibel oder vielfältig anwendbar ist und aber auch für genau diese Selbstorganisation eigentlich ein tragendes Element ist. Björn, deine Facilitation-Skills auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel besser sind die geworden? Ich glaube, zuerst einmal habe ich verstanden, dass Facilitation weniger so irgendwie die ganze Show halten muss, sondern wirklich erstmal nur den Prozess. Und also wir sagen in der Loop-Ausbildung immer, du musst eher so eine Roboterrolle übernehmen. Und das ist natürlich erstmal kontraintuitiv, weil wir denken, wir müssen total originell und gedankenschnell da Sachen verbinden. Tatsächlich ist es oft ein bisschen unspektakulärer, als man denkt. Ich muss sagen, ich mache es relativ selten, weil ich auch eben finde, erstmal ist das Ziel ja bewusst, andere auch in solche Rollen zu bringen. Und ja, ich habe eher diese Demut gelernt, so ey, wenn du gut auf den Prozess achtest und schaust, dass wirklich alle nach den geltenden Regeln auch zu Wort kommen, dass die Agenda sauber abgearbeitet wird, dass es Timekeeping gibt, dann ist damit schon super viel erreicht. Und da hat jeder so seinen eigenen Take drauf und es ist auch schön zu sehen, wie unterschiedlich das dann ausfällt. Bleibt noch der letzte Schritt, Feedback und Konflikt. Wir haben hier einen Satz geklaut von der Johanna Breidenbach, den wahrscheinlich schon viele irgendwo mal gelesen haben oder das Buch zumindest mal irgendwo gesehen haben, New Work Needs Inner Work. Genau darum geht es auch, je mehr äußere Strukturen aufgebaut werden, zum Beispiel indem klassische Führungsstrukturen ins Team verteilt werden, desto wichtiger wird es, innere Strukturen aufzubauen. Und natürlich spielt das ganz stark in dieses Thema, wie gehe ich mit meinen eigenen Spannungen um, das spielt da stark rein. Und es hat natürlich auch viel damit zu tun, inwieweit ich in der Lage bin, Spannungen konstruktiv zu integrieren und eben durchaus auch mal Feedback zu geben im Team und auch Konflikte offen anzusprechen. Und wenn wir das lernen, und deswegen ist es auch Teil des Loop Approach, dann sind wir natürlich in der Lage eigentlich, die Organisation noch besser, also Spannungen konstruktiv zu integrieren, ist definitiv so der ultimative Treibstoff für Organisationen und für Teams. Und dann können wir sie noch besser und noch effektiver weiterentwickeln und noch freudvoller miteinander zusammenarbeiten. Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen getan. Und es ist tatsächlich, würde ich sagen, auch ein Thema, was immer weitergeht, weil da viel auch persönliche Entwicklung mit reinspielt. Aber der Loop Approach bietet auf jeden Fall so ein erstes Toolset. Und deswegen komme ich auch nochmal auf dieses Stichwort Transformationsbaukasten. Also Handwerkszeug bietet er an, wie ein Team lernt, sich Feedback zu geben und durchaus auch Formate zu finden, in Konfliktgespräche zu gehen. Björn, das war ja auch ein sehr spannendes Modul, als wir das mit euch gemacht haben. Was hast du da noch in positiver Erinnerung oder was ist da für dich hängen geblieben? Also auf jeden Fall ist es natürlich sehr voraussetzungsreich. Deswegen kommt es auch nicht umsonst am Schluss. Wenn wir intern unsere Loop-Schulungen machen, machen wir das immer im Raum selbst, mit allen im Kreis und wenn man sich eben auch schon ein bisschen kennengelernt hat und diese Arbeitsweisen auch so verinnerlicht hat. Mir ist vor allem im Gedächtnis geblieben, dass wir darüber auch so irgendwie Bedürfnisse als Kategorie in der Organisation auch anders ernst nehmen konnten. Und wenn wir auch jetzt nicht schon total weit sind, irgendwie mit irgendwelchen heißen Konflikten einen total aufgeklärten Umgang zu finden, im Moment arbeiten wir eher daran, die Konflikte überhaupt auch in die Organisation zu bringen, sie auch thematisieren zu können, weil wir zum Beispiel ein sehr harmoniegetriebener Haufen sind. Und glaube ich, geht es so, wie du sagst, in kleinen Schritten. Und würde ich auch sagen, geht es darum, überhaupt innere Konflikte auch als solche zulassen zu können, auch zu sagen, okay, auch was ich so mit mir für Themen habe. Samira, du bist ja hier bei uns heute. Thema mentale Gesundheit. Auch sich selbst zuzuhören, zu gucken, was habe ich denn für ein Bedürfnis, hat bei uns ziemlich starke, ja, auch nochmal Wirkungen gehabt. Also wir haben zum Beispiel mit Shitshow, dem Anbieter, der da im Bereich mentaler Gesundheit irgendwie einen tollen Job macht, haben wir ein eigenes Paket vereinbart, dass Leute, die da eben Bedarf haben, entsprechend auch Hilfe beanspruchen können. Und ja, gehen da so unsere Schritte. Wir sind aber, glaube ich, noch ein gutes Stück weit davon entfernt, jetzt so mit gewaltfreier Kommunikation so jeden Tag zu arbeiten. Das ist einfach was, was, glaube ich, Zeit braucht. Ja, von außen betrachtet würde ich schon sagen, dass ihr auch eine größere Offenheit über die letzten Jahre dann entwickelt habt, eben Coaching und Mediation in Anspruch zu nehmen. Ja. Also das ist ja schon etwas, was sich durchaus auch verändert hat, dass es diese Möglichkeiten gibt. Genau, dass man überhaupt sieht, dass es das Teil wieder auch von außen braucht. Ich meinte nur so dieses, so das komplett aus eigener Kraft zu schaffen, zu sagen, okay, wir haben dazu jetzt ein Modul gemacht und seitdem können wir unsere Konflikte ja total gewaltfrei miteinander austragen. Das ist natürlich echt ein hoher Anspruch. Und ich glaube, den kann man auch erreichen, aber da brauchst du wirklich irgendwie Geduld und viel Verständnis auch für Rückschläge. Ja. Gut. Was wir ja schon angeteasert haben, diese sechs Schritte, was wir machen, ist, wir begleiten jetzt als Loop Fellows und als Experten Teams in das selbstorganisierte Arbeiten. Das machen wir eben über diese Schritte. Dahinter stehen natürlich Module. Das haben wir noch mal mitgebracht, die wir sowohl in Präsenz als auch in Online-Formaten unterteilt haben. Und was wir gemerkt haben, was einfach noch sehr hilfreich ist, ist, wenn man so ein bisschen in diesem Prozess, der über drei bis vier Monate geht mit den Teams, dass man sie ein bisschen unterstützt in den Meeting-Formaten, damit sie sehr schnell befähigt werden, in diese facilitierende Rolle reinzukommen, damit sie auch das Gefühl haben, okay, hier ändert sich wirklich was, hier wird etwas leichter in den Meetings und Entscheidungen können leichter getroffen werden. Und das ist quasi ein Enablement-Stream, der hier noch eingebaut ist. Falls ihr euch gefragt habt, okay, wie funktionieren diese sechs Schritte denn jetzt eigentlich in der Umsetzung? Das nur als Teaser. Wenn ihr sagt, super cool, ich finde das super, aber mein Chef war jetzt gar nicht hier, dann haben wir eine Masterclass, die wir regelmäßig anbieten. Da meldet ihr euch einfach bei uns, um nochmal vielleicht auch mit Leuten aus eurem Team so einen Check zu machen, ist Selbstorganisation eigentlich das Richtige für uns gerade und wo stehen wir da eigentlich gerade? So eine Standortbestimmung. Björn, möchtest du an der Stelle noch was dazufügen? Sonst würde ich in das offene Gespräch übergehen. Sehr gerne euch mal hören. Okay. Dann stoppe ich die Freigabe und auch die Aufnahme. Dann kannst du übernehmen, Björn. Ich würde interessieren, wenn ihr das jetzt so hört, wo ihr...